Musik Fakt Die AfD provoziert, weil sie es muss. Wir leben in einer Medienlandschaft, wo wir so gut wie überhaupt nicht rezipiert werden. Wir machen sachlich sehr fundierte Dinge, inhaltliche Dinge, die nicht rezipiert werden. Beispiel meines Subsidiaritätsrücke gegen die Europäische Arbeitsbehörde. Wer hat darüber berichtet? Niemand. Obwohl es wichtig ist, obwohl die CSU im Bundestag dagegen gestimmt hat und in Bayern selbst eine Subsidiaritätsrücke angestoßen hat. Also insofern, es wird nicht berichtet und die einzige Möglichkeit, in die Medien zu gelangen, ist letztendlich, das ein bisschen provokativ zu verkleiden. Also wir provozieren, ja, weil wir es müssen. Und hätten wir eine objektive Medienberichterstattung in diesem Land, die wirklich über unsere fachlichen und sachlichen Inhalte berichtet, die unser Programm so darstellt, wie es ist und nicht immer mit negativen Adjektiven belegt, dann hätten wir es auch nicht nötig zu provozieren. Vielen Dank. Vielen Dank.